Vom Winterschutz befreit die Madeleine de la Saison, Ronde de Badeau, Dalmatien, wahrscheinlich Brunswick und dahinter Dalmaty, Pyrrhus, Purifolia, Shinseki und Hosui. Hier haben wir einen dritten Topf, der hinten nach Albu, dann Lusheim, dann hinten ganz haben wir die Doiré, dann die Contesina, Ostbrand, Prolific und nochmal eine Doiré im Topf. Und ganz hinten nochmal eine Lusheim. Ups, und hier haben wir die ganzen Edelreise.